Zag Boy, Zag Boy, what you gonna do, what you gonna do, when he claps for you? Yeah! Und damit hallo und herzlich willkommen, ganz überraschend und ohne dem EP Bescheid zu sagen zu Zag Boy, a big adventure. Jetzt fühlst du dich überrascht, ne? Haha, ich hab dich mit meinem Riesenschwert gepikst. War mir hier schon drin? Aber ich klapp's dich. Kannst du nicht, kannst du nicht. Das haben wir doch schon gemacht. Haben wir das? Wir müssten doch weiter woanders, geh zurück. Nein, das ist doch der Neusturm. Guck mal, da ist doch gar nichts drin. Wen haben wir? Was erzählst du denn hier? Wir haben doch das hier gemacht. Da haben wir eine Kugel bekommen. Das wiederhole ich mal lieber nicht. Dann machen wir das, denn jetzt komm wieder her. Du bist so ein doof, Trottel. Hast du jetzt davon? Ja, was denn, dass ich reinkam, ohne dass du mich schlagen könnt? Ich bin jetzt die Erdbeere. Ich hab mit ihm, glaube ich, noch nicht gespielt. Den habe ich nur letztes Mal schon ausgesucht. Deswegen nehme ich den jetzt. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Da waren wir schon drin und haben nichts geschafft. Wir haben nämlich Druck am Pier schon gemacht. Wir hatten nämlich da schon Druck. Wer diesen Rhythmus kennt und der Epi muss jetzt die Klappe halten, kann gerne schreiben, aus welchen Filmen das Ganze kam. Da stand nun wirklich schon. Ja, wir haben das schon gemacht. Mhm. Aber du hast nichts gefunden, weil du... Ja. Weil du wieder nicht auf mich gewartet hast. Willst du das jetzt nochmal machen? Ey, da ist die Schraube. Was? Willst du das nochmal machen? Willst du das nochmal machen? Ja. Ich frag dich jetzt, weil du antwortest nicht. Warte mal, ich muss einfach gucken, wie es ging. Linke Taste. Das ist alles, was du wissen musst. Und rechte Taste ausweichen, das ist das Wichtigste. Achso, und rechts oben kannst du so machen. So. Aua. Was war das? Hallo. Hier jetzt an dem Ding, Hela. Liebe Leute. Sieh jetzt hier sonst ich. Der macht andere Sachen. Warte mal, ich muss mir das mal angucken. Was machst du denn hier? Yeah. Moment, das ist die falsche... Ne, das ist wieder die Zoom-Taste. Ich werde dich jetzt einschlingeln. Womit mache ich das denn jetzt? Ah, jetzt kann... Doch, das ist doch rechts unten. Meine ich doch. Alles meine... Aua. Meine. Meine. Der muss auch noch was machen. Ach, du hast wieder alles falsch gemacht. Aua. Nein. Achso, da muss man das unten reinmachen. Sieht das doch. Wir sind so schlecht, also du vor allem nicht. Oh, da ist einer. Da ist einer, den habe ich total vergessen. Der hat sich in den Tod gestürzt. Ah. Hä? Hä? Wieso ist der immer noch da? Wenn er noch da ist. Achso, geht das auf Zeit? Ja. Oh, warte mal, das geht auch runter. Ja klar, deswegen frage ich ja, ob das auf Zeit geht. Aber guck dich mal um in Ruhe. Ist er rechts oben? Da waren wir aber doch, oder? Wo der Typ jetzt schießt? Das müssen wir ja eigentlich gewesen sein. Warte, ich musste dich hoch. Na komm mal mit. Ich musste dich hoch. Ich musste dich hoch. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ich musste dich hoch. Ja, ja, hoch, hoch. Wieso kann ich eigentlich die andere Reihe da nicht machen? Du kleiner Sektpenner, du. Warte mal, wir haben was vergessen. Bestimmt. Ich will die Dinger hier nur einsammeln. Uua, verreckt du! Das geht nicht! Oh, aua. Sie haut mich. Nein, ich hau dich gar nicht! Ich will dich knechten! Ja, du bist sauer und ich weiß. Haha! Ja, sie ist runtergefallen, ich gehe alleine weiter. Ich bin runtergerollt, weil du gesagt hast, du wolltest hier was kriegen. Nein, es hier ist nichts mehr. Sicher? Ja. Haha, ich habe mich versteckt. Wir müssen aber jetzt genau aufpassen. Pass genau auf. Hier hinter ist was versteckt. Aua. Ich habe genau aufgepasst und ich wusste ganz genau, was du so hattest. Nein, wusste es gar nicht. Warte mal, ich bin hinten. Ich habe die falsche Brust gegeben. Was machen wir denn hier? Wir müssen hier erst mal was drücken. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Aua. Warte mal, hätten wir da oben nach rechts nicht gekommen? Warte mal, wir können noch... Nein. Doch, wir hätten noch rechts auch weitergekommen. Warte mal. Wir müssen das zusammen machen. Ich will nichts zusammen mit dir machen. Ich will auch nicht zusammen mit dir, weil du bist so ein... Nein, ich darf nicht fluchen. Aua. Wegen dir bin ich fast gestorben. Ja, aber warte mal, wir müssen das mal gucken, was hier überall ist. Hier ist nichts. Aber du kleiner, großer Penner, du. Aua. Wieso? Oh, ich habe mich gar nicht erwischt. Ich habe mal hier... Oh, schau mal. Nein! Was machst du? Warte mal, der... Kann man dann... Nein, den habe ich ja schon verprügelt. Da vielleicht aber... Ach, das war das. Lauf! Nein, ich kann nicht schießen! Warum bin ich hier oben? Hallo? Ey! Was machst du da? Warte mal, hier kommt was. Da oben ist was. Hier, hier hoch müssen wir. Da. Ja, weiß ich. Da habe ich dich drangeworfen, glaube ich. Kannst du mal stehen bleiben? Nein, warte mal. Warte mal stehen. Sag mal. Oh, mein kleines Baby. Warte, wie ging das? Das geht so nicht. Ach so, schade. Dann muss ich dich loslassen. Okay. Oh nein! Ich werfen! Das ist, weil du hier... Das geht nicht. Ja, genau. Das geht nicht. Das muss ich nochmal halt festhalten für dieses Ding. Nein. Lass mich doch mal halten. Wie bist du denn jetzt bitte gerade gebackt? Und warum hast du mich da jetzt runtergeworfen? Nein, du hast mich runtergeworfen. Ich habe noch nicht mal den Controller in der Hand gehabt. Ja, erzähl mir hier. Wir müssen da rein hier. Also einen Controller in der Hand hatte ich schon, aber ich hatte keine Sticks oder so in der Hand. Das haben wir auch gehabt. Ich gehe da hin. Falsche Tastik. Komm los. Ah, das haben wir vielleicht doch nicht gehabt, oder? Nein, das haben wir nicht gemacht. Da ist sie. Oh, wir haben ja keine gehabt. Ha, ha. Ich dachte, wir wären hier drin gewesen. So, eine haben wir von den Zweien. Also eine haben wir. Guck nochmal. Dann ist hier irgendwas drin noch. Geh nochmal da hoch. Ne, da muss ich dich hochwerfen, ne? Ja, los. Warte mal, lass uns mal. Warte, bleib doch mal stehen. Kriegst du es wieder nicht hin. Hier oben ist noch... Nein, da ist nichts. Doch, hier. Nein, bleib doch mal stehen. Penner. Kennst du mich mal? Wir müssen schnell die Dinger ziehen. Oh, ne. Wir müssen sterben. Achso, so ist der, glaube ich, unbesiegbar, oder? Da kannst du den nicht treffen. Die hier. Zieh mir schnell, schnell. Da kommen die Dinger. Nein. Warte mal, da hinten schwimmt einer. Oh. Wollte eigentlich da drauf hauen. Hallo. Warte mal, hier oben ist noch... Ja, das Ei hatten wir auf jeden Fall. Vielleicht ist es auf dem Ei irgendwas. Oh, warte, da ist noch einer. Nein, falsche Taste, scheiße. Was machst du da unten? Ich wollte eigentlich einen Bumerang werfen. Bin dann irgendwie immer nach vorne. Ich bin ja nicht so. Ich hole dich wieder zurück. Ja, und du schlägst mich gleich. Nein, ich wollte springen. Ich habe doch nicht falsche Taste erwischt. Ich soll dich jetzt nehmen. Achso. Was war das denn? Wieso lässt du jetzt los? Wieso springst du nicht? Warte. Oh, oh, oh. Oh, 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 das ist nicht gut. Beim letzten Mal bist du kaputt gegangen. Das war irgendwie lustiger. Warte mal, wir müssen mal gucken. Ach, dir Mist ist das. Irgendwas ist hier noch bestimmt. Irgendwo ist ein geheimer Level noch. Ja, wir brauchen aber noch eine Kugel eigentlich. Wirf. Aua. Nein! Ich spiele die ganze Zeit mit deinem. Sag das doch. Ja, ich habe ja auch mit deinem gespielt. Kannst du mal jetzt einen anderen nehmen? Oh Mann, das ist so gut gewesen. Du bist doof. Dass ich dann mit dem falschen im Laufen war. Du bist so doof. Du bist gerade doof. Nein, du hast... Ja, ich habe es gemacht. Ich weiß. Nein, ich bin tot. Boah, das war einer. Aber hier ist echt das Ende jetzt schon wieder. Ja, ich sag doch, du hast wieder nicht aufgepasst. Hm. Wahrscheinlich genauso blöd langsam, wie wir letztes Mal auch waren. Nicht. Oh, haben wir Gold? Ja. Die Erdbeere. Die Erdbeere ist im Vordergrund. Nee, die Erdbeere ist gar nicht zu sehen. Wir hätten eine geklatscht bekommen. Genau im richtigen Moment. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eins gefunden. Ja, ja. Sollen wir nochmal spielen? Nein. Ich will jetzt was Neues sehen. Ich will viele, viele neue Dinge erforschen. Ja, so seid ihr Männer immer nur neue Dinge erforschen. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Geht's jetzt? Nee, komm her. Ich habe ein Glöckchen gefunden. Aber ich kann ja nicht. Aber das ist doch scheiße. Ein Glöckchen gefunden. Das ist meine Glöckchen. Hey, da waren wir doch schon drin. Wie sind Sie bitte da? Da waren wir nicht drin. Was willst du denn? Wir haben hier keine einzige. Da waren wir doch noch nicht. Oder? Ey. Warte mal. Ja, sonst könnten wir nicht das andere freischalten. Nein, den haben wir noch nicht hier. Du musst zuerst den Dschungelfahrt beenden. Wir wollten das auch hier noch freischalten. Du musst zuerst den Dschungelfahrt beenden. Wir müssen die Badanenfabrik machen. Aber das haben wir schon gemacht, die Badanenfabrik. Ja, meine ich auch. Aber wie soll man sonst den Dschungel... Ja, du musst das freikaufen da unten bezahlen. Bei drei. Drei. Du bist ein dummes Huhn. Das ist bestimmt das Huhn von Monkey Island gewesen. Ich bin ein toller Papagei. Du bist ein dummes Huhn. Das habe ich doch gemerkt. Deswegen habe ich dich noch ausgesucht. Der einzige dumme Huhn. Da waren wir auch schon drin. Oder? Nee, die schießen, aber da waren wir noch nicht drin. Der hat doch gesagt, wir sollen erst mal den Dschungelfahrt beenden. Der ist doch beendet. Nee, der ist eben nicht beendet. Wer bin ich denn überhaupt mit so einem komischen Wurf? Ach, ist das Lust in Time? Das habe ich mir jetzt auch geholt. Das wollte ich Let's Playen. Hallo? Dein Ernst? Ja, danke, dass du mich kaputt machst. Vielen Dank dafür. Was denn? Ja, deswegen geht man einen Weg und nicht alle drei Platten, damit der andere auch noch mitkommt. Ich kann fliegen, da kann ich nichts für. Guck, 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 guck. Jetzt musst du die alle alleine nehmen, das sind wir nicht mehr zu zweit. Na, 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 na. Na, 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 na. Sehr cool, sehr cool, wenn das Huhn dich angackert. Was ist das denn da hinten? Nichts, wo du dich von ablenken lassen solltest. Ich weiß, Männer sind da ganz schlimm, aber... Ja, klar, jetzt kriegt der Meinung, die Hose war ja krass. Aua! Deine Hose. Du hast gar keine Hose verdient. Warum bist du nicht gesprungen? Ich laufe doch gerade noch. Das bin ich, wollte ich nur sagen. Hä? Das kann nicht sein. Doch, du musst nicht bleiben gelaufen. Du hast genau die Bewegungen gemacht, die ich gedrückt habe. Zumal du ja hinter mir gewesen bist von Anfang an. Und ja, das Huhn war hinten. Da habe ich extra drauf geachtet. Na, 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 na. Oh, ich habe was mal ausgelassen, Scheiße. Ja, weil du schlecht bist. Deswegen stirbst du auch jetzt. Was habe ich gerade recht gehört? Irgendwas ist hier oben. Hier irgendwas am Summen mir. Ja, ich kann nicht mehr irgendwo hinwerfen. Wie, hä? Weil ich nicht da bin. Ja, warte mal einen Knut. Ich komm's jetzt. Aber die Backsteine sehen ja schon mal cool aus. Oh, da ist ein Geheimgang. Ich weiß. Wollte ich eigentlich da durchboxen, aber es hat leider nicht geklappt. Nicht runterschubsen mich. Hör auf, du freche Sohn. Doch, da oben hier. Du freche Sohn. Du freche Sohn. Du freche Sohn. Das ist nicht umsonst hier. Hier auf der Seite höre ich's. Hier ist irgendwas. Das ist doch nur Geratter. Nein, du musst mich da hinbringen. Wie soll ich dich denn da hinbringen? Da unten ist auch was. Siehst du, da unten ist auch was. Außerdem kann ich hier nicht sehen, wenn du immer woanders bist. Boah, siehst du, wegen dir bin ich hier schon wieder. Hast du so gedacht? Kleiner, du. Die Hälfte unserer Zeit verbringen wir da mit den anderen zu jagen, statt das Spiel zu spielen. Habe ich dich doch. Habe ich dich doch. Wir sollten aber trotzdem mal da gucken. Ja, aber da ist nix. Oh, Kleiner. Aua, ich bin nicht ins Loch gekommen. Ja, da braucht man Übung führen. Jetzt komm, jetzt werf mich mal hier rüber. Ich kann dich da nicht rüberwerfen, dann bist du tot. Komm mal hin. Nein, werf mich mal hier bitte. Ja, da bist du tot. Nein. Ist das was? Nein. Ich sehe, dass hier was ist. Okay, da war nichts. Gegen die Wand, so ist ja toll was. Okay, dann ist das vor dem anderen noch gewesen. Du sollst nicht denken, das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, danke. So wie ich das gemacht habe eben, ne? Ja, genau. Kamer nennen wir das. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das für eine Scheiße war. Ich habe die Geräusche auch gerade wieder erkannt. Nimmst du den mit? Nein. Aber rechts war noch irgendwas. Ganz wichtig mal. Ein kleines, verrottetes Hühnchen. Ich bin ein fieses Huhn, hast bloß Haulen. Ich picke dich. Oh, Scheiße. Nein. Nicht runterwerfen. Au. Ich kann schon, hast du die jetzt kaputt gemacht? Ja, der kann sie auch draufspringen. Aber nur einmal. Nein. Warum läuft die nicht? Die muss doch in der Zeit über so eine Platte drüber kommen. Jetzt mal ohne Scheiß. Was hast du denn da wieder gemacht? Hoffnung war das Richtige. Ja, danke, dass du mir jetzt meinen Weg kaputt machst. Vielen Dank. Dein Weg? Nein. Ja, ich war auf der rechten Seite. Wie immer. Nein. Nein, nicht darunter. Oh. Nein, nein. Hier rein. Scheiße. Wir sind auf dem Grillwurst. Aber das ist das doch, oder? Guck mich mal kurz an. Oh, guck mich gerade nicht an. Hä? Aua. So, und jetzt guck mich mal kurz an. Oh, da kommen noch mehr raus. Wieso kann ich nicht schießen? Weil wir das nicht haben. Weil wir den Bumerang nicht haben. Warum nicht? Aua. Warte doch mal, ich bin tot. Ja, deswegen gehe ich ja jetzt nach oben. Du kannst nicht mal. Ihr Bumerang. Aber da ist kein Bumerang bei. So macht man da. Hä? Wie sind die denn da unten? Ist da irgendwo ein Loch, oder kann ich das da rausnehmen? Du musst schon mal näher hingehen. Wenn du so weit weg bist, natürlich nicht. Hier scheint... Ja. Aber wo... Warte mal, hier unten ist was. Da kann ich dich aber mit... Da kann ich dich mitnehmen. Pass auf. Ich weiß doch nicht, ob ich... Hier waren wir definitiv noch nicht dran. Nee, nee, da waren wir noch nicht. Oh! Nein! Nein, warum schmeiße ich mich runter? Oh, Mann. Ach so, verstehe. Oh. Was denn? So ein Timing kriege ich nicht hier mehr. Ach, du brauchst die Teile. Eins noch auf der anderen Seite. Nein! Okay, so nicht. Ach. Warum haben da links... Warum haben wir eigentlich keinen Wunscher? Ja, das verstehe ich nicht. Das ist doch so ein... Ding, was prädestiniert... Nein, nein, nein! Oh! Ich stand doch oben auf der Ecke drauf. Willst du mich veräppeln? Aua! Geht's noch? Also am besten, glaube ich, ist es, wenn du von der Mitte ausspringst, oder? Wenn da ist ein Meer... Nein, nicht so. Mit dem Ding. Okay, wenn du es schaffst, da hochzukommen, dann brauche ich das nicht. Nein! Aber ich wollte dich auffangen, wenn ihr vor mich stößt. Du hast es nicht geschafft. Du hast mir nicht geholfen. Du bist einfach böse. Geh weg. Ich will da noch mit dir. Ich bin lost in time. Ich suche nur meine Schwester. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ernst mich mal. Ich will das unbedingt spielen, aber ich habe im Moment noch so viele. Let's Plays. Warte mal. Ach so, das zeigt... Okay, verstehe. Oh, ja, hallo? Weil du mir jetzt alles kaputt gemacht hast, konnte ich natürlich nichts mehr... Ja, also entweder müssen wir beide zusammenlaufen... Ja, da musst du warten. Da musst du nicht einfach immer dahin preschen. Oder man muss... Aber da war noch mehr, übrigens. In dem Ding. Warte mal, sollen wir die noch holen? Da sind nämlich links noch welche vorne, meine ich. Ja, aber das ist die Normale. Die Normale. Es gibt keine Anomalen. Ey, du bist böse. Das habe ich an deinem Gesicht gesehen, dass du das machen wolltest. Ich habe dich angegriffen, ich bin blöd, Mann. Hast du gar nicht. Doch. Nein! Hallo! Du sollst da drauf springen. Wieso sehe ich hier unten jetzt nichts mehr? Ja, geil. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nicht mehr auf den drauf springen. So, warte. Oh, ich wollte dich gerade hauen. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Boah, die lässt alles auskommen. Und jetzt stirbt sie. Oh, das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Ja, jetzt habe ich Panik. Den Rest wollte ich nicht mehr machen. Oh, das ist nicht dann eins. Ich gehe hier rum. Nein! Oh, das wollte ich haben. Das wollte ich haben. Nein! Och, komm! Warum gerade da? Oh, Schutz, Wenn. Aber da haben wir ja fast nichts. Da haben wir ja nichts geholt. Wir haben nur eins ohne Kugel. Alles du schuld. Ich bin jetzt traurig. Toll, das sage ich bin traurig. Und die ist auf einmal am Lächeln. Nee! 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 Hä, wo bin ich? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ja, guck mal. Guck dir mal das Gesicht an! Was ist denn das für nun? Ja. Schon ist Banane. Wir haben jetzt einen glorreichen Punkt von 5 bekommen. Du bist so schlecht. Ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, guck mal mal, ob er vielleicht doch... Ah ja, doch, wir haben aber 50. Immerhin etwas. Ja, das hatten wir vorher schon. Ja, weiß ich nicht. Ja, muss das für uns ja schon, ja. Nee, nee, gedrückt halten? Nee, dann komme ich hier rein. Danke, dass ich hier was drücke. Kann ich nicht. Du bist das hier. Ach da! Nee, mit Y. Okay. Nein, jetzt meine ganzen Schellenwilder noch. Meine Samen, dann wollte ich gerade sagen. Nein, ich will nicht da hoch. Geh weg. Da ist ein freundliches Monster. Sollen wir das noch mitnehmen? Das ist ja immer so das letzte Level, ne? Was denn? Oh, danke. Hi. Da waren noch Glocken. Du denkst auch immer nur an Glocken. Aber das nehmen wir noch mit in der Folge, oder? Weil das das letzte Level ist. Das musst du wissen. Du machst die Folge. Ja, wir nehmen das. Komm, bevor ich jetzt eine halbe Stunde frage. Ich finde die süß. Ich würde die eigentlich gerne behalten. Ich habe noch was, was irgendwie süß ist. Bei drei. Hast du was? Ja. Drei. Dinosaurier gegen Katze. Kann ich ja nur verlieren. Dinosaurier gewinnt. Ich pick's dich auf. Was machst du mit mir? Ich pick's dich auf. Ich habe was anderes verstanden. Guck mal, ich bin eine ganz süße Katze. Sieht doch geil aus, oder? Bist du gar nicht. Du hechelst ja schon wieder. So. Da, ich habe einen Umberang. Du kriegst keinen. Ja toll, ich habe keinen. Doch, ich habe den auch. Ja, ich habe den doch vor beide besuchen. Nein, hast du nicht. Aua, jetzt habe ich mich gepikst. Pass auf, das ist böse. Das ist böse. Das ist auch böse. Böse, böse. Ich laufe einfach mal rein. Das ist der Endboss. Das Böse bist du. Oh Gott. Der Bananenboss. Ja, der größte Spielverderber der kunstvollen Welt. Warum willst du unbedingt allen den Spaß verderben? Weil ich es kann. Sieh doch, wie sie sich amüsieren. Arbeiten gemeinsam an einer neuen glorreichen Zukunft. Und du willst deinen Freunden das wegnehmen? Schäm dich. Also zeige ich dir noch etwas mehr vom Aufruhr. Und wie er alle Kreaturen meinem Willen unterwirft. Toll, ich habe extra den Text ausgeliehen. Eine Riesenraupe. Das ist ein Mama-Füß, ne? Ich bin eine Katze, den werde ich besiegen. Geh du mal vor, ich mach mal nix. Ah, da ist immer noch auf mich scharf. Aua. Da, da, da. Uh. Da, 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 da. Oh, oh. Oh, oh. Aua, was hast du gemacht? Ich habe nix gemacht. Du hast mich kaputt gemacht, hast du mich. Nein, das war eher. Du bist ein böser Dinosaurier. Du bist auch ein böser. Du bist ein böser Gegner. Ganz böser Gegner. Ich muss abhauen. Ganz böser Gegner. Oh, wie weit geht das denn hier? Oder darf man nur nicht von den Dingen getroffen werden? Du bist da drüber springen müssen. Meinst du? Da habe ich wieder recht. La, la, la. Da ist er. Da war er. Da ist er. Da in der Ecke. Du siehst irgendwie ulkig aus, wenn du so komisch bist. Und jetzt? Hallo? Wir werden jetzt geteilt. Das ist irgendwie komisch. Bang, mein. Was macht der denn? Oh. Ja, du musst wirklich nur drüber springen. Oh. Ja, da war noch einer. Au. Wieso kann ich nicht wegrollen? Boah. Hörst du mich? Hörst du dein Ernst? Hä? Ich habe keine Dinge besorgen. Wie so ein Jojo. Hat der gerade gerülpst? Oh. Au. Au. Aua. Schütz mich. Ich habe fast seinen Schwanz abgeschossen. Ich gehe mal nach Röpa. Nein, das war ich. Er hat gesagt, du hast mir den Schwanz fast abgeschossen. Nein. Oh. La la la. Ich glaube, das wird immer kleiner. Zag Boy. Zag Boy. Zag Boy. Versteckt irgendwie an, die Doofheit. La 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 la. Zag Boy, flüchten. Ah. Nein. Au. Ich war doch schon lange drüber. Dieses Dannerei geht mir so auf den Sack. Und dann liegst du da eine Minute und dann rollt alles so ein bisschen drüber und dann bist du zurück. Penner. Ich habe es überlebt. Oh. Der hat dich angerülpst. Der hat dich angerülpst. Oh. 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 Ich habe die Zeitlupe. Super Slowmotion. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. mal meine krallen an ich sagte ich behalte dich im auge und ich muss sagen ich hatte recht du hast großes potenzial selbst wechs erkennt das und welchen ort sucht er jetzt wohl heim das königreich krabbeland es tief unter den wellen lass dich nicht aufhalten gut wo sind jetzt diese affen ich habe echt riesenappetit auf eine banane wir haben zusammengearbeitet jetzt müssen wir zusammen breakdancen breakdancen ja let's take dance neues kostüm das war sehr laut gerade ich habe wieder wieso wieso haue ich dich von hinten und du guckst dann nach hinten was ist denn tausendfüßwerk aber wir haben sogar gold war ja nicht so schlecht ne dann verabschieden wir uns jetzt von den wuchtigen witteln ja von den wuchtigen witteln das scheiße gemacht mit einem tritt in den hinteren von der game wäre aber wir haben zwei andere sticker nicht ach so aber wir haben das nicht hingekriegt mit diesem einen hier links ja was ist das kommt man mit nochmal hier weil wir gehen wir hier rein da ist doch noch was das haben wir noch nicht gemacht ja warte 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 bevor du jetzt da rein springen nein ich gehe da nicht rein oder ist das ein schnell ding ich bin mir jetzt gerade nicht sicher nein los geht's der nein da kommen wir zu bonus level wir können noch nicht abschließen jetzt haben wir das natürlich falsch rum gemacht werden erst das bonus level machen müssen es tut mir leid liebe leute jetzt haben wir schon das ende gesehen und wollen eigentlich zum nächsten und müssen noch das bonus level machen die wir aber erst in der nächsten folge sehen das tut mir leid die game player hat sich wieder völlig verpeilt der mit den stacheln auf den kopf der so dumm guckt der hat es verpeilt warum haust du den topf doch auf den topf zu hauen hab dich nein das gesicht seck boi du sack gesicht seck boi du alter renozerus sinusaurier reno habe ich jetzt verstanden ja soll ich da jetzt reingehen ich werde mich weiter vom epi verprügeln lassen so wie er das immer tut ich kann mich ja nicht dagegen wehren und und wir sehen uns dann in der nächsten folge und ja ich bin heute ein bisschen ein bisschen kindisch drauf aber ich habe da lust so immer wenn ich sie immer spiele ich weiß nicht warum bis zur nächsten folge aufnahme ist aus okay ich mache auch aus wandern dieser halt 아 das ist Vielen Dank.